Heute, meine Abiturrede, original vorgetragen 2022. Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Schulleitung, sehr geehrte Angehörige, Freunde und Verwandte, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, Wir haben es geschafft. Wir haben die Abiturprüfung gemeistert, Höchstleistungen erbracht und haben jetzt endlich, sehr bald, unser Abiturzeugnis in der Hand. Darauf können wir stolz sein. Danke für die Unterstützung von allen Mamas, Papas, Brüdern und Schwestern, Omas, Opas, Tanten und Onkel, Freunden, Verwandten, Nachbarn und Bekannten und wer auch immer uns noch bei unseren Vorbereitungen unterstützt hat. Danke an alle, die Lernzettel und Vokabeln abgefragt, Plakate gemalt, mitgefiebert, motiviert, Glück gewünscht, Daumen gedrückt oder einfach nur an uns gedacht haben. Mit dem heutigen Abschluss endet unsere 13-jährige Schulzeit und zugleich unsere gemeinsame Zeit. Jeder von uns wird seinen Weg gehen. Einige von uns fangen bald ihre Ausbildung oder ihr Studium an. Andere gehen ins Ausland. Wieder andere nehmen sich erst einmal eine Auszeit. Ein paar widmen sich zunächst anderen Aufgaben oder wissen noch nicht, was sie machen wollen. Aber auf alle Fälle stehen uns viele Möglichkeiten offen. Wir werden Entscheidungen treffen müssen. Und vielleicht wird sich die eine oder andere Entscheidung als falsch herausstellen. Aber wir haben die Chance, unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen. Ich wünsche uns allen, dass uns das bestmöglich gelingt. In all den Jahren sind Freundschaften geschlossen worden, manche wieder zerbrochen, viele behalten und vor allem ganz viele Menschen kennengelernt worden. Viele Bindungen werden lange halten und manch einem wird man vielleicht in vielen Jahren erst wieder neu begegnen. Was bleibt, sind die Erinnerungen. Sei es die gemeinsame Zeit vor und nach der Schule, die Zeit in der Schule, während des Unterrichts und in der freien Zeit, aber auch durch Schule entstandene Zusammentreffen. Leute, ich bedanke mich bei euch allen für die gemeinsame Zeit, jedes zufällige Gespräch und all die Erinnerungen und wünsche mir, dass wir uns noch ganz oft wiedersehen. Neun Jahre Schulzeit liegen hinter uns. In den vergangenen Schuljahren haben unsere Lehrerinnen und Lehrer immer versucht, uns möglichst viel beizubringen. Wir haben zwar nicht immer verstanden, wofür wir das eine oder das andere brauchen und so manche Klassenarbeit hat uns schlaflose Nächte bereitet. Aber wir fühlen uns gut gewappnet für alles, was kommt. Und dafür und auch für eine große Menge an Geduld möchten wir uns herzlich bedanken. Danke auch an die Schulleitung, die neben ihren Aufgaben Wert darauf gelegt hat, im engen Kontakt mit den Schülervertretern zu stehen und sich Zeit genommen hat, unsere Stimmen anzuhören. Ein besonderes Lob gilt allen Lehrerinnen und Lehrern, die sich besonders für uns eingesetzt haben, sich manchmal für uns geopfert haben, sich Zeit genommen haben, die sie womöglich nicht bezahlt bekamen. Ein großes Lob an alle, die es schaffen, ihre ganz natürlich manchmal auftretende schlechte Laune zu unterdrücken, anstatt sie an Kindern auszulassen. Ein großes Lob an die, die sich immer wieder erinnern, warum sie diese Tätigkeit gewählt haben. Ich widme ein großes Dankeschön an alle Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Beruf mit Herz ausüben und somit aus ihrem Beruf eine Berufung gemacht haben. Denn Lehrer sein endet nicht, wenn der Pausengong ertönt. Lehrer sein sollte immer mehr sein, als nur Inhalte zu übermitteln. Doch ich möchte diese Worte auch an Sie alle richten. Ein Job sollte nie einfach getan werden, um getan worden zu sein. Eine Aufgabe besteht nie einfach nur darin, nur so viel zu tun, wie nötig ist. Wir sollten uns alle immer wieder fragen, worum es eigentlich geht. Nur weil etwas geschafft ist, ist es noch kein Erfolg. Und auch Erfolg bedeutet noch kein Glück. Wie wir es aber auf unserem Weg dorthin schaffen, unserem Umfeld etwas Gutes mitzugeben, darin besteht die eigentliche Kunst. Handle ich gerecht? Handle ich, ohne mich von Vorurteilen beeinflussen zu lassen? Reflektiere ich meine Handlungen überhaupt noch? Oder ist es an der Zeit, meinen Gerechtigkeitssinn zu reanimieren? Stelle ich meine eigenen Interessen dieses Mal wieder über die von all den anderen? Oder leben wir nicht doch in einer schöneren, in einer angenehmeren Welt, wenn wir umsichtig sind, teilen und aufeinander Acht geben? Wir sollten das Glück mehr schätzen, das man spürt, wenn man einen anderen Menschen glücklich gemacht hat, anstatt immer nur unsere eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Kann Schenken nicht viel schöner sein, als Geschenk zu bekommen? Ist das Lächeln eines anderen, wenn man ihm eine Freude macht, nicht viel wertvoller? Unser Einfluss ist groß, viel größer, als er manchmal scheint. Wir sollten ihn für eine gerechtere, friedlichere und glücklichere Welt einsetzen und darin unser eigenes Glück finden. Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, hatten großen Einfluss auf uns und damit auch Einfluss auf das Morgen. Sie haben mit ihrer Arbeit einen Grundstein für das Leben von all diesen jungen Menschen gelegt, die alle ihre eigene Geschichte schreiben werden. Ich hoffe, sie haben dabei ihr persönliches Glück empfunden. Sie haben ein großes Stück Zukunft geschaffen und für jedes bisschen Zeit, das sie dafür extra investiert haben, sind wir ihnen sehr dankbar. Ich verspreche ihnen, dass diese Investitionen nicht umsonst gewesen sind. Wir werden daraus etwas machen, darauf aufbauen. Dieses Versprechen umzusetzen, liegt nun an uns. Dazu haben wir uns ein Abimotto gegeben. Nach 13 Jahren Siesta, endlich Fiesta. Nach 13 Jahren Mittagsschlaf, endlich Feiern. Damit wollten wir keinesfalls ausdrücken, dass wir im Unterricht geschlafen haben. Na gut doch, vielleicht manchmal. Aber wir haben nicht nur geschlafen. Wir haben viel mehr geschlummert. Und in uns hat etwas geschlummert, das wir jetzt endlich frei entfalten können. 13 Jahre wurden wir vorbereitet, um nun in die Welt rauszugehen und in ihr aufzugehen. Wir werden unsere Wege weitergehen. Jeder in seine Richtung. Und dabei die Welt gestalten. Niemand von uns wird sie verändern. Aber vielleicht können wir sie alle ein kleines bisschen verbessern. Dankeschön.